Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute starten wir nach langer Zeit mal wieder mit einer weiteren Sprint to Glory rein, das Ganze in Italien. Wir starten rein mit einer Sprint to Glory beim SSC Neapel und ich bin gespannt wie lange wir brauchen werden, um den SSC Neapel zum Champions League Titel zu führen. Bevor wir jetzt allerdings direkt den Kader genau unter die Lupe nehmen, möchte ich nochmal auf was hinweisen und zwar habe ich eine neue Projektidee geplant und da sich dabei um eine Art Sprint to Glory handelt, möchte ich das Ganze jetzt einmal ansprechen und einfach mal eure Resonanz dazu in den Kommentaren hören, also schreibt mir gerne Kommentare diesbezüglich und zwar möchte ich das Ganze Ultra Sprint to Glory nennen, denn das Ziel ist es, dass ihr mir in den Kommentaren Aufgaben gebt, was man machen darf in einer Sprint to Glory, natürlich nichts mega unmögliches, was eventuell möglich ist, was aber nicht hundertprozentig feststeht, ob das Ganze möglich ist und ich werde das Ganze dann probieren auszuführen. Das Ganze könnte erfolgreich enden, wir könnten irgendwann den Champions League Titel holen oder das Ganze endet nicht erfolgreich, wir holen in den 15 Jahren keinen Champions League Titel. Das Ganze möchte ich in Zukunft dann, wenn es bei euch gut ankommt, einmal im Monat bringen und da könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare da lassen, ihr könnt mir auch gerne schon Vorschläge in den Kommentaren da lassen, falls euch dort irgendein Vorschlag mega gefällt, falls ihr bei irgendeinem Vorschlag denkt, das wollte ich schon immer mal wissen, ob das möglich ist, dann lasst dort gerne einen Daumen nach oben da und haut wie gesagt die Kommentare voll mit Vorschlägen, würde mich riesig freuen. Falls euch übrigens dieses heutige Video mit Neapel gefällt, würde ich mich natürlich auch riesig über einen Daumen nach oben freuen, mich würde es riesig freuen, wenn wir die 500 Likes mal wieder knacken und dann würde ich sagen, starten wir rein in die Sprint to Glory mit dem SSC Neapel. Und als ersten neuen Mann darf ich euch einen Italiener verkünden, der uns auf unserer größten Baustelle verstärkt, denn ich habe mir das angesehen und unsere Torwartposition, die sieht aktuell wirklich katastrophal aus, deswegen greifen wir ganz, ganz tief in die Tasche, wir müssen wirklich unser ganzes Geld zusammenkratzen für Jean-Luigi Donnarumma, eines der größten Torwarttalente, wenn nicht sogar das größte Torwarttalent der Welt, wird ab heute unser Tor hüten. Zum Ende der Transferphase verkaufen wir jetzt noch zwei Spieler, das ist einmal ein Ersatz-Innenverteidiger mit Tonelli, er wechselt für 8 Millionen zum FC Arsenal und des Weiteren, jetzt habt ihr schon unseren Neuzugang gesehen, das wollte ich eigentlich vermeiden, ging jetzt leider nicht, da es direkt angezeigt worden ist, zum anderen Hüsey er wechselt zu Real Madrid nach Spanien, das Ganze für eine Ablösesumme von 26 Millionen bei einem Marktwert von 16 Millionen und wir holen uns dafür natürlich dann auch einen neuen Rechtsverteidiger, das ist Nelson Semedo vom FC Barcelona, hier bezahlen wir 38,3 Millionen und damit sieht unser Kader vor der Saison jetzt so aus, ich bin der Meinung, wir haben einen richtig starken Kader und damit können wir rein starten in die erste Saison. Und dann sind wir jetzt auch schon in der Winterpause angekommen und schauen auf unseren aktuellen Stand in der Liga, Dritter hinter Inter Mailand und hinter Piemonte Calcio, gegen Piemonte Calcio haben wir schon direkt zu Beginn der Saison mit 3 zu 0 verloren, also recht deutlich, das lief überhaupt nicht gut. Wir schauen jetzt aber auf den für mich wichtigsten Wettbewerb, denn wir sind jetzt schon in der Champions League vertreten, haben die Gruppe mit Liverpool, Salzburg und, wer kam noch dazu, ist es Gank? Ne, wer ist noch in der Gruppe drin? Müssen wir direkt mal reinschauen, es ist tatsächlich Gank und wir sind in der Gruppe Zweiter geworden, zweimal gegen Liverpool verloren, sonst alles gewonnen, 14 zu 9 Tore, 12 Punkte geholt und damit müssen wir jetzt ran gegen Real Madrid und damit gegen unseren Eckspieler, der vielleicht ja bei Real Madrid an den Start gehen wird. Wir starten gleich rein ins Spiel gegen Real Madrid und ich bin gespannt, ob wir da weiterkommen können. Eigentlich rechne ich eher mit dem Aus im Achtelfinale, wenn ich ehrlich bin. Durch einen Verkauf unseres Mittelfeldmanns Piotr Zielinski für 31,1 Millionen zum Liga-Konkurrenten Lazio rum, können wir uns nochmal einen neuen Spieler leisten und zwar eine Verstärkung für die linke Verteidigerposition und zwar wechselt Grimaldo zu uns, er ist direkt um vier Ratingpunkte stärker als Goulam und kommt damit direkt auf die Linksverteidigerposition. Es ist dann jetzt soweit, wir steigen ein in unser erstes Champions League Spiel beim SSC Neapel. Mit diesem Kader treten wir an gegen die Königlichen aus Madrid. Wir müssen ran gegen Real Madrid und ich bin gespannt, alles gewonnen zuletzt und wir spielen im eigenen Stadion 1 zu 1 und dann bin ich gespannt, wie wir in Madrid spielen werden. Mit dem gleichen Kader geht es dann auch ins Rückspiel rein. Ich sage ganz ehrlich, ich habe nicht die Erwartung, dass wir es packen werden. Ich glaube, Real zieht in die nächste Runde ein, aber trotzdem, wir können hoffen und wir verlieren mit 3 zu 1. Damit hat es leider nicht gereicht und wir sehen uns erst im nächsten Jahr in der Champions League wieder. Die Saison haben wir dann jetzt überstanden. Ich bin gespannt, auf welchem Tabellenplatz wir in der Liga landen und wir sind letztendlich Dritter geworden hinter Mailand und hinter Piemonte Calcio. Piemonte Calcio tatsächlich ohne eine einzige Niederlage in der ganzen Saison. Wir drei Niederlagen, 93 Punkte, damit einen deutlichen Vorsprung vor Tabellenplatz 4. Wir schauen auch mal in den Kupa National rein und dort haben wir das Finale gegen Piemonte Calcio verloren. Das bedeutet, ja, nichts lief so wirklich nach Plan. Nächstes Jahr wollen wir dann in der Champions League definitiv mehr erreichen und damit starten wir rein in Saison Nummer 2. Wir haben jetzt in dieser zweiten Saison beim SSC Neapel insgesamt 124 Millionen an Transferbudget. Und ich würde einfach mal sagen, ich würde das jetzt definitiv in einen neuen Stürmer investieren und eventuell tatsächlich auch noch in eine neue rechte Seite. Also Luzano upgraden und Alain. Das sind so die drei größten Schwachstellen, die ich aktuell sehe. Hier vielleicht nochmal einen Spieler mit Potenzial im Mittelfeld à la Frankie de Jong, Arthur oder ähnlichen Spielern. Auf rechts vielleicht nochmal was Stärkeres. Und dann Mertens wird auch nicht besser, wird auch nicht jünger. Deswegen würde ich da gerne auch nochmal upgraden, irgendeinen neuen Stürmer an den Start kriegen. Und damit starten wir rein in die Transferphase der neuen Saison. Ich habe mich jetzt entschieden, diese beiden Spieler zu holen. Zum einen Ndombele von Tottenham, er wechselt für 62 Millionen. Des Weiteren Markus Rashford, er wechselt für 58 Millionen. Plus dazu noch Mertens. Also beides wirklich Summen, die nicht gerade günstig sind. Trotzdem bin ich zufrieden mit den Transfers. Denn das sind die beiden Spieler, die auf den Positionen meine Wunschspieler waren. Erstmal wird Alain noch spielen, allerdings ist er schon 29 Jahre alt. Das bedeutet, der wird sich nicht mehr großartig entwickeln. Den Luzano, auf den vertraue ich jetzt einfach mal, dass er sein Potenzial erreicht. 86er Potenzial hat er noch. Das bedeutet, eventuell wird er dort in diesem Jahr auch noch hochgehen. Und ein Ndombele ist einfach jetzt erstmal der Ersatz für die Zentrale. Und der wird natürlich dann direkt auch auf die Bank kommen. So sieht denn jetzt aktuell unser Kader aus. Und ja, ich hoffe, dass wir in diesem Jahr mehr erreichen können als in der letzten Saison. Wir sind wieder am 1. Januar angekommen. Die Liga läuft schon mal vielversprechender. Aktuell Erster vor Piemonte Calcio. Das ist überragend. Wir haben alle 16 Spiele gewonnen. Was ist denn da los? Kein einziges Unentschieden. Keine einzige Niederlage. Also scheinbar fruchtet unsere Mannschaft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht sehr gut aus. Wir schauen mal rein in den Copa Nacional. Dort sind wir auch noch am Starten. Jetzt das Wichtige. Die Champions League. Dort sind wir Gruppenerster. Und müssen jetzt ran gegen Leverkusen. Das sieht durchaus machbarer aus. Und wir sind aktuell ungeschlagen in allen Wettbewerben. Muss man ganz ehrlich sagen. Hier zwar zwei Unentschieden mitgenommen. Aber insgesamt sind wir tatsächlich ungeschlagen. Das ist natürlich überragend. Und damit würde ich sagen, können wir direkt rein starten in die Rückrunde. Unser Kader sieht jetzt aktuell so aus. Bin ich auch mega zufrieden. Rashford leider verletzt. Koulibaly auf 92. Manola ist 87. Donnarumma 88. Unser schwächster Spieler oder unsere schwächsten Spieler sind aktuell auf dem 85er Rating. Ndombele kann mittlerweile auch in die Startelf. Und damit sind Millik und Lozano mit 85. Und Semedo sehe ich jetzt auch gerade mit 85. Tatsächlich die schwächsten Spieler in unserem Kader. Jetzt geht es für uns also ran gegen Bayern 04 Leverkusen. Leider zwei Ausfälle. Rashford ist allerdings nach oben gegangen. Auf die 87 mittlerweile. Und ich bin auch der Meinung, wir sollten auch mit den zwei Ausfällen stärker sein als Bayern 04 Leverkusen. Wir sollten das eigentlich gewinnen. Und gewinnen das Spiel auch mit 2 zu 0. Durch einen Doppelpack von unserem neuen Zugang Markus Rashford. Und damit geht es direkt rein ins Rückspiel. Manolas ist auch wieder fit. Luzano weiterhin verletzt. Und dazu kommt, dass Ndombele eine Rotsperre hat. Das bedeutet, wieder zwei Ausfälle vor dem Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen. Trotzdem, wir haben gut im Hinspiel gespielt und gewinnen auch das Rückspiel mit 3 zu 1. Wieder ein Tor von Rashford. Des weiteren Treffen Fabian und Semedo. Und was hier in der Liga los ist, das ist doch wirklich unbeschreiblich. 28 Spiele gemacht und wir sind immer noch ohne ein Unentschieden und ohne eine Niederlage. Wenn es gut läuft, dann schließen wir tatsächlich dieses Jahr ab mit nur Siegen in der Liga. Das wäre wirklich ein Traum. Das wäre so das Unmögliche, was dann tatsächlich möglich wird. Ich bin gespannt. Rom könnte eine gute Aufgabe oder eine schwierige Aufgabe werden. Da schauen wir direkt einmal rein, ob wir das gewonnen haben. Haben wir. Und dann geht es als nächstes ran in der Champions League gegen die nächste deutsche Mannschaft. Gegen den FC Bayern München. Und auch vor dem Bayern-Spiel bleiben wir bei unserem Pech weiterhin leider zwei Verletzte. Jetzt ist es weiterhin Luzano und dazu kam jetzt auch noch oder kommt jetzt auch noch unser Linksverteidiger Grimaldo. Sollten wir das Spiel jetzt gewinnen, können wir mal nachschauen, wie lange die beiden denn verletzt sind. Wir gewinnen mit 1 zu 0. Leider verschießt Rashford in der 80. Ein Elfmeter. Wer da drin wäre, ist wahrscheinlich hier schon recht eindeutig gewesen. Wir schauen jetzt mal rein, wie lange unsere beiden Spieler verletzt sind. Grimaldo für vier Monate. Den werden wir nicht mehr spielen sehen. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch Luzano. Der ist in sieben Wochen wieder fit. Also sollten wir ins Finale kommen, dann wäre er wieder bereit. Ansonsten denke ich, werden wir ihn in dieser Champions League-Saison ebenfalls nicht sehen. Jetzt kümmern wir uns allerdings erstmal um unser Rückspiel. Hier starten wir jetzt nämlich rein. Wer spielt eigentlich? Kalle Ron spielt und Mario Rui spielt für die beiden Verletzten. Und wir gewinnen in München 2 zu 0. Unsere beiden Stürmer treffen Millik und Rashford. Also Rashford, der hat glaube ich auch ordentlich Tore hier in dieser Champions League-Saison beigesteuert. Und so schnell kann es gehen. Jetzt stehen wir schon im Halbfinale. Luzano ist auf dem Weg der Besserung. Grimaldo, wie gesagt, weiterhin. Der wird nicht mehr spielen. Aber bei Luzano könnte es jetzt bereits sogar schon im Rückspiel soweit sein. Ich hoffe natürlich, wir gewinnen das Hinspiel. Und gegen Barca verlieren wir leider in der 89. Mit 1 zu 0 durch Lengli. Ich kriege die Krise. Jetzt geht es dann also rein ins Rückspiel gegen den FC Barcelona. Negativerweise weiterhin mit zwei Verletzten. Und dazu haben wir das Hinspiel schon verloren. Einfach wird es hier definitiv nicht. Wir starten trotzdem rein. Vielleicht können wir es irgendwie drehen. Und wir verlieren mit 2 zu 1. Und damit scheiden wir leider belastenderweise im Halbfinale der Champions League aus. Wir sind jetzt dann am Saisonende angekommen. Und es sieht tatsächlich so aus, als wenn wir jedes Spiel in der Liga gewonnen haben am Ende. Also das ist, ja, das ist eine Sensationssaison. Alle Spiele gewonnen. Nicht einmal unentschieden gespielt. Nicht einmal verloren. Sensationell, wie wir hier diese Saison bestritten haben. Trotzdem natürlich ein wenig schade, wie wir in der Champions League rausgeflogen sind. Pokal haben wir auch gewonnen. Das bedeutet, die ersten beiden Titel für uns als Trainer bei Neapel. Leider hat es für die Champions League noch nicht ganz gereicht. Aber vielleicht dafür dann im nächsten Jahr. Neuer Tag. Neues Glück. Und als alter Schnäppchenjäger habe ich mich mal nicht lumpen lassen. Und ihr seht es, wen wir verpflichtet haben. Wir holen tatsächlich Kylian Mbappé für eine Ablösesumme von 150 Millionen. Leider geht sein Markwert um sage und schreibe 15 Millionen nach unten. Er hatte vorhin noch einen Markwert von 139 Millionen. Wir bezahlen 150 Millionen und verkaufen dafür unseren Stürmer. Und zwar ist das Millic. Also es ist wirklich ein mega Upgrade. Vor allem, ich weiß nicht, was Real Madrid sich gedacht hat. Aber die bezahlen einfach für Millic knapp 100 Millionen. Für Mbappé bezahlen wir 150 Millionen. Damit, denke ich, haben wir einen mega guten Deal gemacht. Und ich habe eigentlich mir jetzt überlegt, dass ich Mbappé vielleicht erstmal auf rechts spielen lasse und mir eventuell noch Cristiano Ronaldo für den Sturm holt. Auch wenn er nach unten geht. Aber ein 90er Stürmer, den kriegt man einfach normalerweise nicht für gerade mal 40 Millionen. Nachdem wir jetzt noch zwei weitere Spieler verkauft haben, das ist einmal Palmiro zum FC Getafe und dann noch Canezis zu Besik. Das holen wir tatsächlich the one and only Cristiano Ronaldo. Wir bezahlen keine 40 Millionen, das habe ich mir allerdings gedacht, sondern 72 Millionen. Und trotzdem ist das einfach nochmal ein Spieler mit einer Erfahrung. Ich weiß zwar nicht, inwiefern das in FIFA wichtig ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, gar nicht. Aber es ist ein Spieler mit einer Erfahrung, der unseren Kader jetzt erstmal um 180 Grad nochmal verstärkt. Er kommt in die Sturmspitze. Damit sieht unser Kader so aus. Wir haben jetzt aktuell in der Startelf 490er Spieler. Sind letztes Jahr bis ins Halbfinale gekommen. Haben dieses Jahr 92 plus Spieler verpflichtet mit Ronaldo und Mbappé. Warum sollte es also in diesem Jahr nicht reichen? Dazu habe ich alle Spieler unter 75 auf der Transferliste. Ihr habt das auch gerade gesehen. Zwei haben wir bereits schon abgegeben. Und eigentlich bin ich jetzt mit unseren Transferaktivitäten schon ganz zufrieden. Nachdem ich es jetzt nochmal mit Lautaro Martinez oder Timo Werner versucht habe. Aber wir haben eigentlich leider für diese Spieler nicht mehr genug Geld. Deswegen gebe ich es jetzt auf. Und damit starten wir mit diesem Kader rein ins dritte Jahr beim SSC Neapel. Ich bin gespannt, ob wir in diesem Jahr weiter als bis ins Champions League Halbfinale kommen. Eigentlich gehe ich davon aus. Und damit starten wir rein in die dritte Saison beim SSC Neapel. Und damit sind wir jetzt wieder am 1. Januar angekommen. Ich kann euch vorwegnehmen. Die Liga lief überragend. Wir haben jetzt wieder jedes Spiel gewonnen. Sehr spannend, die Serie A scheinbar. Wenn der SSC Neapel nach insgesamt gut 50 Spielen nicht eine einzige Niederlage hat. Und es war auch gut, dass wir Cristiano Ronaldo verpflichtet haben. Denn ihr seht, wer ist unser bester Torschütze Cristiano Ronaldo? Also vielleicht. Ich kann es natürlich nicht festlegen. Allerdings hat vielleicht die Erfahrung doch ein wenig Stellenwert. In FIFA, ich weiß es nicht. Allerdings könnte man es hier schätzen, wenn Ronaldo wirklich so viele Tore schießt. Obwohl Rashford genau das gleiche Rating hat wie Ronaldo. Denn Ronaldo ist mittlerweile nur noch auf dem 89er Rating. Genauso wie Rashford. Wir haben nur zwei Gegentore. Also ganz ehrlich, wer in 16 Spielen nur zwei Gegentore bekommt, der wird Meister. Lege ich mich jetzt fest. Und ich sage sogar, wir werden maximal ein einziges Spiel nicht gewinnen in der Liga. Das würde ich einfach mal jetzt schon behaupten. Und wir schauen rein auf die Champions League. Hier sind wir erst da und spielen wir eine neue Saison. Wir müssen wieder gegen Leverkusen ran. Ich habe das Ganze gestern aufgenommen, aber ich bin der Meinung, gestern mussten wir auch im Achtelfinale gegen Leverkusen ran. Diesmal auch in der Champions League ohne eine einzige Niederlage alles gewonnen. Das bedeutet, in der Champions League läuft es auch noch besser. Und wir können mal reinschauen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das Vorbereitungsturnier lief. Aber haben wir in dieser Saison schon eine Niederlage. Ja, im Vorbereitungsturnier. Wahrscheinlich im Finale des Vorbereitungsturniers. Oder wir sind im Pokal schon rausgeflogen. Eins von beiden wird es sein. Aber ansonsten ist das eine überragende Bilanz. Ich kann mich echt nicht beschweren. Und ich würde einfach sagen, damit geht es direkt rein in die Rückrunde. Da ihr ja bereits wisst, dass Ronaldo der beste Torschütze in der Liga ist, schauen wir direkt mal rein, wer denn der beste Torschütze in der Champions League ist. Und da ist auch Cristiano Ronaldo bei uns führend. Allerdings hat Manchester City, wenn ich das jetzt richtig sehe, einen unglaublich starken Kader. Sterling, Gabriel Jesus ganz vorne. Die werden sich auch richtig gut entwickelt haben. Vor denen muss man definitiv Angst haben bei uns. Leider zwei Spieler rot gesperrt. Koulibaly zudem verletzt. Ist gleichzeitig rot gesperrt. Also ist es jetzt nicht sonderlich schlimm. Ich hoffe natürlich allerdings, dass er nicht langfristig verletzt ist. Und jetzt lange ausfällt. Denn das ist unser bester Innenverteidiger. Und ich glaube, wir haben nicht so viele Ersatzspieler. Wir gewinnen mit 3 zu 0 gegen Leverkusen. Rashford, Ronaldo und Tutino treffen. Und damit sehen wir uns im Rückspiel wieder. Und es sieht tatsächlich gut aus bei Koulibaly. Er ist jetzt schon nicht mehr verletzt. Zudem haben wir einen neuen 90er Spieler im Kader. Rashford mittlerweile der fünfte in unseren Reihen. Nach Mbappé, Fabian, Koulibaly und Donnarumma hat jetzt Rashford auch die 90 erreicht. Vielleicht, vielleicht ein Dombele noch, der nachzieht. Wird mich auf jeden Fall freuen. Wir starten rein ins Rückspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Danach zeige ich euch einmal die Tabelle in der Liga aktuell. Denn, ja, ich sage ganz ehrlich, wenig überraschend sind wir tatsächlich immer noch ungeschlagen. 84 Punkte, 28 Siege, 0 Unentschieden, 0 Niederlagen. Damit aktuell 7 Punkte vor Piemonte Calcio. Und sage und schreibe 24 Punkte schon vor AC Mailand. Also wir stürmen hier in der Serie A ein wenig vorne weg. Und damit würde ich sagen, geht es direkt rein in die nächste Runde in der Champions League. Wir sehen uns wieder im Champions League Viertelfinale. In der nächsten Runde steht jetzt Atletico Madrid vor der Tür. Und ich weiß nicht, ob unsere Mannschaft irgendwie ein Einstellungsproblem hat. Denn es kann doch nicht sein, dass wir bei jedem Spiel irgendwie zwei rote Karten in unserem Kader haben. Diesmal Rimaldo und Fabian, die ausfallen. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es gegen Atletico Madrid reicht. Wir haben Ronaldo, Ex-Madrilene, allerdings auf der anderen Seite bei Real Madrid. Vielleicht hat er Bock hier gegen Atletico Madrid mal zwei, drei Buden reinzuhauen. Und wir verlieren leider mit 1 zu 0. Und damit könnte das Rückspiel echt schwierig werden. Dann geht es jetzt für uns rein ins Rückspiel. Wir haben glücklicherweise ausnahmsweise mal keinen rot gesperrten Spieler. Zudem Ndombele ebenfalls auf der 90. Trotzdem wird es sehr, sehr schwer. Wir dürfen eigentlich kein Gegentor bekommen. Wenn wir ein Gegentor bekommen, sage ich, sind wir raus. Und damit starten wir rein ins Rückspiel gegen Atletico Madrid und kriegen sogar, ach, zwei Gegentore von Joao Felix. Ich kriege die Krise. Wir verlieren mit 3 zu 0 gegen Atletico und damit heißt es wieder, wir müssen im nächsten Jahr in der Champions League ran. Keine Ahnung, warum die Liga so überragend läuft. Und in der Champions League sind wir schlecht, wenn ich ehrlich bin, schlecht. Wir verlieren mit 3 zu 0 gegen Atletico Madrid. Das ist unglaublich. Und jetzt ist dann die Saison vorbei. Ehrlich gesagt bin ich ein wenig enttäuscht, sage ich ganz ehrlich. Natürlich allerdings, ja, Liga lief überragend. Ihr seht es hier. Nur 10 Gegentore, kein einziges Unentschieden. 14 Punkte Vorsprung. Überragende Saison. Aber ich bin trotzdem, wie gesagt, ein wenig enttäuscht über unsere Leistung in der Champions League. So sieht unser Kader aus. So starten wir die nächste Saison rein. Und damit sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Eine neue Saison, neues Glück. Ihr merkt vielleicht, ich bin so langsam, ja, am Ende angekommen. Ihr lest auch rechts, was unser Neuzugang ist. Ich kann euch unsere beiden Neuzugänge mal vorstellen. Zwei neue Spieler kommen zu uns. Ein Schnäppchen. Ein Mann ist ein bisschen teurer. Erstmal zum Schnäppchen. Milan Skrinja. 90er Innenverteidiger. Wir bezahlen 72,5 Millionen. Und dann haben wir noch Jadon Sancho. Hier bezahlen wir 118 Millionen. Ist auch nicht unbedingt überteuert, muss ich ganz ehrlich sagen. Zwei neue 90er Spieler. Ein sehr, sehr junger. Einer mit ein wenig mehr Erfahrung. Und damit werden wir nochmal unsere Mannschaft upgraden. Einmal kommt Mbappé in die Spitze. Sancho kommt auf rechts. Und in die Innenverteidigung kommt Skrinja. Damit jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 90er Spieler. Und ich würde sagen, damit kann man dann schon mal in eine neue Saison rein starten. Wir starten rein in Saison Nummer 4. Wir sind mal wieder an einer Winterpause. Diesmal weiß ich überhaupt nichts, wie es in der Liga steht. Ich habe sonst manchmal schon einen Einblick davor, weil es irgendwelche wichtigen Nachrichten gibt. Diesmal habe ich wirklich keinen Plan, weil ich nicht einmal Stopp gedrückt habe. In dieser Simulation bis zum 1.1. Sieht aber wieder überragend aus. Wieder alles gewonnen. Unglaublich. Wir sind wieder ungeschlagen in der Liga. Wieder zwei Gegentore. Haben wir jetzt wieder gleich Leverkusen im Achtelfinale. Oder was ist hier los? Champions League. Und nein. Leverkusen ist diesmal ein Spiel weiter unten. Wir müssen allerdings gegen ein deutsches Team ran. Ich würde sagen, schwieriger als Leverkusen definitiv. Wir müssen ran gegen Dortmund. Gruppenerster vor Arsenal, Monaco und Lokomotiv Moskau. Kein einziges Gegentor. Also, wenn es jetzt nicht so weit ist, waren dann 19 Tore in sechs Spielen. Das in der Champions League. Das soll erstmal irgendein anderes Team nachmachen. Auch in der Liga. Torschnitt von ungefähr drei Toren pro Spiel. Knapp drunter. So sieht unser Kader jetzt aus. Sancho auf 91. Insigne geht weiter nach unten. Das bedeutet, den werden wir jetzt auswechseln. Dort kommt jetzt Lozano an den Start. Ronaldo aktuell verletzt. Sehr, sehr schade. So sieht unser Kader aus. Ich bin mega zufrieden. Sag ich ganz ehrlich. Und ich bin der Meinung, wann sollen wir die Champions League gewinnen, wenn nicht jetzt? Ich bin schon überrascht, dass wir die letzten zwei Jahre ausgeschieden sind. Und damit geht es direkt für uns rein in die Rückrunde. Jetzt ist es soweit. Wir stehen in der neuen Saison vor unserem ersten Champions League Spiel. Vor der Tür steht Borussia Dortmund. Und ja, ich glaube eigentlich nicht, dass wir das jetzt noch verlieren dürfen. Wir haben nur drei Spieler, die nicht über 90 sind. Wir haben ein Ronaldo auf der Bank. Wir gewinnen mit 4 zu 1. Relativ deutlich das Ganze im Signal Iduna Park. Also eigentlich sollte es hier durch sein. Wir starten rein ins Rückspiel. Kylian Mbappé tatsächlich mittlerweile auf der 94. Dann haben wir 93er Koulibaly. 2,92er. Und Grimaldo ist jetzt gerade hochgegangen auf die 89. Unser Kader ist überragend. Ich weiß nicht mehr. Mir fehlen die Worte bei unserem Kader. Ich weiß nicht mehr, was ich zu unserem Kader sagen soll. Der ist schon seit zwei Jahren überragend. Wir gewinnen auch das Rückspiel mit 3 zu 0. Damit insgesamt ein 7 zu 1 Sieg über Borussia Dortmund. Im Viertelfinale müssen wir jetzt ran gegen Manchester City. Wir haben in diesem Jahr auch eigentlich recht viel Glück. Wir haben jetzt nicht großartig die Verletzungen. Nicht großartig die roten Karten. Ich hoffe, ich sage das nicht zu früh. Und wir haben jetzt in den nächsten Spielen dort richtig viel Pech. Und gegen Manchester City gewinnen wir in Manchester sogar mit 2 zu 0. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Einstand im Viertelfinale. Reingeht es dann auch direkt ins Rückspiel. Nach dem 2 zu 0 Hinspielerfolg glaube ich tatsächlich nicht daran, dass wir hier noch irgendwie scheitern können. Und wir gewinnen mit 3 zu 1 damit der nächste 5 zu 1 Sieg insgesamt. Mbappé mit dem Doppeltreffer. Und das bedeutet, wir stehen jetzt schon im Halbfinale. Halbfinalgegner in diesem Jahr ist der FC Barcelona. Das bedeutet, das könnte tatsächlich nochmal schwer werden. Ich bin gespannt, wer dort noch spielt. Ob... Ne, Anzuf... Doch, ich habe glaube ich schon... Das Update müsste schon drin sein mit Anzufati. Das bedeutet, vielleicht ist der ja sogar am Start. Wir verlieren. Tatsächlich mit 2 zu 1. Und Anzufati sehe ich jetzt nicht. Aber warum verlieren wir denn jetzt wieder das Halbfinale? Dann geht es jetzt für uns rein ins Rückspiel gegen Barca. Und Anbele leider gesperrt. Wir haben es vorher angesprochen. Keine roten Karten. Und jetzt kriegen wir die rote Karte. Dafür spielt Alain. Und wir gewinnen mit 3 zu 1 nach Verlängerung. Rashford trifft in der 114. Ich dachte tatsächlich, wir scheiden wieder im Halbfinale aus. Wir sind glaube ich vor 2 Jahren schon gegen Barca im Halbfinale... Oder vor 3 Jahren gegen Barca im Halbfinale gescheitert. Und im Finale ist Koulibaly gesperrt. Ich kriege doch die Krise. Warum habe ich es angesprochen? Dass wir in diesem Jahr so viel Glück haben. Wir müssen ran im Finale gegen Liverpool. Und aktuell sind wir tatsächlich auch in der Liga noch ungeschlagen. Mal sehen, ob es die letzten 3 Spiele noch anhält. Es geht rein ins Champions League Finale. Gegen Liverpool, die sich durchsetzen konnten. Gegen Valencia, gegen Real. Und dann noch im Halbfinale gegen den FC Bayern München. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Aufgabe, die jetzt vor uns steht. Allerdings kennt ihr unseren Kader. Stimme wieder weg. Allerdings kennt ihr unseren Kader. Der ist unglaublich stark. Es fällt aber Koulibaly aus. Das habe ich glaube ich schon davor gesagt. Dafür geht jetzt Manolas rein in die Partie. Wir sehen hinten Maradona, Legende hier in Napoli. Und ja, hier haben wir Salah. Firmino Thiago sehe ich noch. Ist das Trend Alexander-Arnold? Ich bin mir nicht 100% sicher. Würde ich jetzt allerdings auf den ersten Blick schätzen. Robertson sehe ich ebenfalls noch. Wir haben Naby Keita. Viele bekannte Gesichter. Nicht viele Änderungen bei Liverpool. Wir schauen uns jetzt mal die Ausstellung genauer an. Noch ein paar bekannte Gesichter. Süle, Klostermann, Virgil van Dijk, Alisson. Also da sind wirklich nur bekannte Gesichter am Start. Bei uns dann Ruma im Tor. Habt ihr gerade bereits sehen können. Dann davor Gimaldo Manolas, Grinia Semedo. Unten Dombele, Fabian links, Luzano rechts, Sancho. Rashford und Nbappé im Sturm. Und damit schauen wir uns dann natürlich auch die Ausstellung von Liverpool an. Alisson im Tor. Süle und van Dijk dann in der Innenverteidigung. Das sind auf jeden Fall zwei richtige Brocken, muss man schon mal sagen. Robertson, Klostermann, Grujic, Thiago Keita, Neres, Roberto Firmino und Salah. Also Neres ist der, den ich vorhin für Alexander Arnold gehalten habe. Rechts hinten spielt jetzt der deutsche Klostermann. Und damit starten wir rein ins Champions League Finale. Dombele Weltklasse. Ich nehme alles zurück mit dem Stark. Stark wäre eine Untertreibung. Jetzt können wir vielleicht über die linke Seite Raum schaffen. Luzano ist durch. Dann auch noch einer von Napoli. Die allerdings, ich weiß leider nicht, ob es ein starker Fuß war oder der schwache. Ich glaube eher der schwache erste Großchance hier für Napoli über Luzano. Der allerdings dann doch recht deutlich verzieht. Stark gemacht. Und jetzt ist es Rashford und der kann schießen. Der muss das Ding nicht mal annehmen. Äh, gar nicht Rashford. Mbappé natürlich. Rashford hat die Vorlage gemacht mit unserer Nummer 9. 13. Minute beginnt hier mit 1 zu 0 in Führung. Und das vollkommen verdient. Liverpool, glaube ich, bisher nicht mal richtig in unserer Hälfte. Wir nehmen die Bälle so früh ab und drücken dann direkt aufs Tor. Dritte Chance schon. Ihr habt, glaube ich, aber nur zwei gesehen. Und jetzt Mbappé in der 13. Minute mit dem 1 zu 0. Oh, Mbappé nimmt da mal Virgil van Dijk's Kompletts. Hopps. Und wieder ist es Mbappé ins kurze Eck. 2 zu 0. Und diese Mannschaft lässt sich phänomenal spielen. Ihr kennt es aus der HSV-Karriere, dass ich normalerweise auf dieser Schwierigkeit, wir spielen auf ultimativ mit angepassten Werten. Echt Probleme habe beim HSV. Wir haben da auch schon teilweise verloren. Aber diese Mannschaft spielt sich wie... Also, diese Mannschaft spielt sich Weltklasse. Mir fehlen die Worte für diese Mannschaft. Tatsächlich alle Spieler wirklich beweglich wie sonst. Das Top-Laufwege, 2 zu 0 nach 18 Minuten, das wird hier eine eindeutige Nummer. Das gibt direkt den Gegenstoß. Lozano macht das Weltklasse. Und Alisson kommt da dann noch an den Ball ran. Jetzt Nelson Semedo, der allerdings an Robertson nicht vorbeikommt. Wir bleiben aber, denke ich mal, sogar im Ball besitzen. Dombele mit dem Pass in die Spitze auf Marcus Rashford, der an Süle sogar vorbeikommt. Wir spielen allerdings nochmal hintenrum. Stark gemacht. Wieder ist es Lozano. Und die... Ich bin sprachlos. Was ein Ding. Unhaltbar für Alisson. 3 zu 0, 44. Minute. Und damit sehen wir hier eine einseitige Partie. Es gab jetzt in den letzten Minuten nicht so viele Chancen. Ich glaube, Liverpool hatte eine und wir hatten eine. Ich wollte jetzt allerdings nicht unbedingt mit reinschneiden, da es wirklich nicht die Mega-Chancen waren. Und wir haben hier wahrscheinlich in diesem Spiel genug Tore, dass wir solche Chancen jetzt nicht zeigen müssen. Und das ist wirklich ein Ding von Lozano. Wow. Traumtor. 3 zu 0, 44. Minute. Stark. Dombele ist so eine Maschine, Mann. Kein Abseits. Stark gemacht von Rashford. Nochmal raus auf Jadon Sensho. Und dann klingelt es erneut. Und eindeutiges Finale. Ich glaube, von den Sprint to Glory ist bisher das eindeutigste. Aber wir haben auch mit Abstand den stärksten Kader, den wir jemals in einer FIFA 20 Sprint to Glory hatten. Oh, starker Ballgewinn von Marco Fabian Mbappé mit dem Rainbow und dem Ding. 5-0. Aber Marco Fabian hier natürlich auch mit dem Top-Ballgewinn. Da darf Virgil van Dijk niemals den Ball verlieren. Keine Ahnung, was er da macht. Und Mbappé, ja, dann eiskalt. Kann ich natürlich auch machen, weil wir hier 4-0 oder 5-0, und wie führen wir jetzt eigentlich gerade? Ich glaube, 5-0 war das sogar. Also das ist wirklich eine eindeutige Kiste hier. Und jetzt Insignia eingewechselt. Ronaldo übrigens auch mittlerweile auf dem Platz. Den seht ihr hier, der den jetzt ins kurze Eck verwandeln wird. Allerdings hat Alisson da nicht so Bock drauf. Und der Schiri beendet genau jetzt die Partie, wo ich es ansprechen möchte. Wir gewinnen mit 5-0. Die zweite Halbzeit habe ich dann tatsächlich nicht mehr für ganz so voll genommen. Es ist unglaublich eindeutig. Wenn wir uns hier angucken, wie häufig Liverpool überhaupt in unserer Hälfte war, dann sind wir da insgesamt bei 17%. In deren Hälfte sind wir 35%. Also mehr als das Doppelte. Es war recht eindeutig. Kylian Mbappé mit der 10,0. Drei Tore und keine Torvorlage. Allerdings drei Tore. Rashford mit drei Torvorlagen. Auch sehr, sehr stark. 9,6er Bewertung. Mir ist auch erst beim Auswechseln aufgefallen, ich dachte die ganze Zeit Mbappé hat eine 92, Rashford eine 90. Aber mir ist aufgefallen, Rashford hat ja die 92 und Mbappé sogar die 94. Selbst das 92er Rating von Rashford. Ja, unglaublich gut. Ihr merkt, meine Stimme versagt wieder langsam. Deswegen beenden wir das Ganze jetzt. Wir sind in der Liga. Wieder ungeschlagen. Das bedeutet, drei Saisons hintereinander, ohne eine einzige Niederlage in der Liga. Das ist phänomenal. Der beste Torschütze in der Liga, Kylian Mbappé, ist dort ganz vorne am Start mit 30 Toren. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Der Kader ist wirklich überragend hier beim SSC Neapel. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst natürlich liebend gerne einen Daumen nach oben. Da würde mich mega freuen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dürft ihr natürlich auch liebend gerne ein Abo da lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.